So meine Freunde und Willkommen zu einem weiteren Part von Super Mario 3D World, ah halt was ist das wir haben Luigi hier ja ich hab mal gedacht ich switch mal die Charaktere so ab und zu durch Ich grad bock habe und ich hab gerade gedacht Ich hab gerade bock auf was langes nein nein Auf Luigi hab ich einfach bock gehabt deswegen spielen wir einfach mit ihm ich will gar nicht wie gesagt wieder so viele Worte verlieren ich glaube den Satz sage ich öfters Oder immer oder irgendwie immer wenn ich keine ahnung hab was ich mehr sagen soll Und ja wir starten einfach das Level wir haben das letzte Part schon angefangen haben da ordentlich gefällt aber mit Luigi Ja der kann es wohl ne hoffe ich mal dass das kann deswegen der lange der kann es hoffe ich mal der lange Hannes der kann es Pfff der lange Hannes der kann es und wow also Fußball kann aber auf jeden Fall nicht spielen wie es aussieht alter wie springt der Wohl der Propeller man Propeller man ich bin der Wingman von Mario ich helfe ihn Peach klar zu machen genau So und Green Star Power und ich bin auf jetzt sein kleiner Mann Ja das ist wohl nicht mehr steif Voll der schlechte Wortwitz Oh jetzt ist er wieder steif geworden Oh ne doch nicht Goomba war sehr unassertiv und hat mich wieder schlapp werden lassen genau Okay anderes Thema bitte Leute Wie soll ich jetzt die Starcoin holen wenn ich keinen Pilz habe ich weiß es nicht Deswegen hab ich mit Absicht töten das mit Absicht war das meine Freunde jetzt nicht denken Äh Zero meine kleine Schwester kann sogar besser spielen wie du Sag ich ja na und die ist 3 Und na und Monat halt Oh so Boah das ist mir doch schon etwas peinlich Ähm ja egal wie gesagt ich chill mein Leben ist scheißegal wie ich hier spiele Hauptsache ich hab Spaß dabei und oh ne grüne Katze Was hast du denn für ein Albino ey Achso ich soll den Stern noch mitnehmen ne Pfff Boah das war voll der Hecksprung ausgetrickst hab ich die Kamischen Goombaars Alter das ist voll hässlich mit Luigi zu spielen Er springt voll komisch Ist doch voll langsam Hoch da Hoch da Hoch da Mach keinen Scheiß Kratze 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 Baum Kratze Baum Wer braucht schon ein Kratzbaum wenn ein Kratzrad haben kann Er dreht am Rad wie Psychopath Oh nein Schnell hoch da Und spring über die Hüse Über die Hüse genau Ne über die Häuser Ey Allah Die haben mich nicht getroffen weil ich ne Pause gemacht hab dieses Yeah Yeah Was ist denn los alter ich bin Elf zum motherfucking Luigi Der hält sein Hintern voll hoch wenn er in Katzen Mode ist Gebt mir meine Sterns ran Dankeschön jetzt haben wir alle Sterne Geht locker easy Fußballspiel noch Bäm alter Wolli genommen Bäm was ist los was ist los Hä wollt ihr Stress Wer will Stress mit mir Wer wer Jetzt kommt der Ball auf Ne schade ich hab gedacht der rollt jetzt auf uns zu Obwohl nicht Soviel dazu zum abprallen So gib mir her ich bin der Juster Ich bin Cristiano Ronaldo für Arme Bäm alter Soviel zu Cristiano Ronaldo Der hätte bestimmt da das Tor getroffen Boom Alter richtiger Smash ey Richtig geil Und ich kann mir vorstellen dass hier ein Stempel ist Nicht Alter ich schieß mal alles kaputt Soviel zum Thema ich schieß alles kaputt Warum konnte ich jetzt gar nicht schießen Komisch Normal Ach weil die schon rot sind Ah einer Stand Ich hab verstanden ich bin noch nicht so doof wie ich aussehe Soviel zum Thema ich treffe Ach man oh ich treff nicht Irgendwer was kannst du eigentlich So jetzt schräg laufen und jetzt Bäm alter Jawoll Zeit Zero hat die Zeit gefunden Zero hat seinen Kanal gefunden Zero hat Zeit Wo ist jetzt hier Hier ist doch Ende bestimmt wieder oder Moment hier nach hinten laufen hier ist bestimmt was oder Aufpassen ich wäre fast runter gefallen Ich wäre fast gestorben Aber ich konnte mich gerade noch so retten Was haben wir hier oben jetzt B zu dem Außer Oder gibt es hier andere Endbosse Ein Auto Oh ja jetzt fahren wir hier mit der Wette oder was Jetzt spielen wir Mario Kart Ok was geht ab bei dir jetzt muss ich da rauf kommen oder was muss ich machen Achso ich muss Fußball spielen Geil Was willst du tun Ja ja dein Auto hat einen Motorschaden ey Wie mein Auto das war voll doof als Schaden als mit meinem Auto Ok das ist ja ziemlich leicht oder Das regt sogar meine Schwester hin Und die kann eigentlich gar nichts im Video spielen Ok was ist das jetzt Das rastet der aus oder was Ich hüpfe ich bin der Känguru Ich bin der Känguru Ich hab den Känguru Groove Ich hab den Känguru Groove Muss ich mich irgendwie beeilen oder kann ich das auf Volli nehmen Ja ich kann die auf Volli nehmen so ein bisschen Achso ne die kann ich nicht nehmen die sind ja rot Und die kann ich auch nicht nehmen die sind so ein bisschen feurig Bämst Oh verdammt Bämst Ich bin voll der gute Fußballspieler Und ich hab 12 Jahre Fußball im Verein gespielt Ja da sieht man ja was ich für ne Treffer Quote hatte Zero in die Abwehr Warum? Guck mal wie du spielst Du triffst nicht mal das Tor vom Weiten Super danke Herr Trainer Danke dass sie so viel Vertrauen zu mir haben Sehen sie das? Ja jetzt guckt er bestimmt zu näher als hier Sehen sie ich hab's drauf Ich war der Beste Aber sie wollten mein Potential nie erkennen Was ist das hier für ein Ding? Ne Box Ok ein Überraschungsei Das nehmen wir gerne Weee Ok wir sind da Was geht ab Bowser 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 in the house Und BOOM Oh damit hat er nicht gerechnet Ja brüll weiter rum du kleiner hässlicher Was ist das denn hier für Räder? Achso der hat ein Motorschaden schon Seht ihr das? Da fehlt ein Rad ey Der hat ein Rad ab der Junge Der hat ein Rad ab Ich drehe am Rad Wird sich gepoppt Ok nochmal Lava Nochmal Lava Und jetzt fährt er hier oben Jetzt kann ich hier unten leihen Oder was? Woah! Heiß! 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 Der Junge hier Hehehe Ok was haben wir sonst noch Wow! Verdammt da hab ich mich berührt So am Arm so mit dem Finger Und Wolli! Der Boss ist richtig geil Ohne Witz das ist mal was anderes Als nur Spring mir dreimal auf den Kopf Und ich bin tot Das ist mal was anderes Das ist Fußball Monster Truck Mega Lava Super Brücke die zusammenbricht Bowser tot Wasser unten Mit Burg Elementen Und Zero der total Keine Ahnung was er wagen soll Und Bowser der furzen muss Deswegen Bowser gibt Gas Passt zum Titel Ich wusste dass der Name irgendeine Bedeutung hatte Wir haben Münzen Und die Musik die gerade läuft ist von 3D Land Die finde ich cool Benep 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 Voll geil ey Nein Zeit! Zeit die Punkte Deswegen ist das Meine Zeit My time is now My time is now My time is now Oh die Flasche Vielleicht können wir doch Fisch reinfüllen Aber dafür müssen wir die komische Fee erstmal loswerden Was machen wir am besten Oh genau so ein Korkenöffner Genau so ein Korkenzieher packen wir da rein Dann drehen wir so Ich krieg die Flasche nicht auf Und dann zerstückeln wir diese komische Fee da drinnen Tut mir leid ich konnte das nicht aufmachen Diese komische Flasche Ich hab dafür nur so ein Genau da muss man doch wie so eine Weinflasche So ein Weinöffner muss man da rein So reindrehen So richtig in den Kopf von der Fee Aber Luigi hat so irgendwie so kaputt gekriegt Naja egal Warum uns darüber keine Gedanken machen Und wir kriegen ein Feuerwerk Wunderschön Wunderschön Punktezahl Ja warum da immer noch ein A Knopf Kann ich jetzt mit dem Auto fahren Das wäre geil Stempel hat aber hier gefehlt Kommis sofort Wo ist der Stempel Ich bin noch ziemlich über das Level geflogen muss man sagen Also da kann man wahrscheinlich schnell den Stempel finden Ja was machst du jetzt Eine Röhre hast du gebastelt Wunderschön Dankeschön Kann ich jetzt mit dem Auto darüber fahren Ich hab das vor Bock mit dem Auto zu fahren Oder signalisiert das Auto nur dass da jetzt so ein Autoboss war Vielleicht gibt's ja im nächsten Schloss so ein So ein Flugzeugboss Den ich da mit Raketen abwerfen muss nicht schießen Deswegen ein bisschen Innovation muss ja auch reinkommen ne Ich drück doch A was hast du denn Hallo bin ich zu doof Ah doch jetzt Wieso ein Pinguis zu leid ihr da durch ey Okay wo sind wir jetzt Sieht aus wie so ein bisschen Wüste ist das ne Wüste was das hier Das sind wir ein Haus Eigentlich kriegt ein Stempel Mehr nicht Bisschen unnötig Hallo sagst du mir auch irgendwas Nö Okay Auf Wiedersehen Keine Ahnung was das soll Aber hey Wenn die Entwickler meinen Dass du sowas reinmachen müssen Dann ist das so Ist das Haus geschlossen Ja ist ein Wüstenlevel Wer ist das? Pickondors Wüstenruine Okay Pickondors Kann ich auch platt machen Haha Haben wir das nicht gerechnet Wah Ich auch nicht Die Musik ist geil In diesem Alter Luigi kannst vor hoch springen ey Das ist richtig fresh Und die Plattform sind immer auf die Kekse Wow Nein Ich hab... Boah Ich glaub da wär ein Abgrund Ich muss ja irgendwie Ich will so ein Seitwärtssprung oder sowas haben lieber Das ist viel geiler als irgendein anderer Sprung Und ich verwechsel immer die Tasten Was muss ich springen? Wann sp... Ja Hi Mein Name ist Zero und ich werbe Angst vor Bienen Ist hier treibend oder ist hier sofortiger tot? Nö Kann ich hier auch... Ist hier ein Secret drin vielleicht? Nö ist hier nicht Aber so zu zeigen so hey da ist was vielleicht Geh da mal besser in den anderhalb Teilen des Levels rein Okay dann machen wir Das machen wir mal was können Ich will die Katzen Mario haben Miau miau Dann sag ich Mario Sweet Ach Luigi das wär toller Gib meine Münze Gib mir Münzen Gib mir noch mal Münzen Gib mir noch mal Münzen Gib mir noch mal Münzen Hier haben wir den Sprung Was haben wir hier? Oh Gott Was ist das? Keine Ahnung Sieht auf jeden Fall nicht gut aus sonst Gut dann gehen wir hier hoch Woah Woah Hilfe Vogel Vogel Scheiß Viech ey Was ist mein Katzen Mario genommen? Luigi Katzen Mario Luigi So heißt du Katzen Mario Luigi Wario War Luigi So heißt das Ding das Item Ja Ich kann mich schon auch hochlaufen Kann ich das wegkicken? Oh Gott Das war knapp Das war knapp Ich hab mich fast hier selbst getötet Ich bin sehr suizidgefährdet Ich sollte damit aufhören Okay das ist blanker Selbstmord Was ich mach Blanker Selbstmord Blanker Selbstmord Gib mir ne Glocke Jaaaa So jetzt will ich irgendwie noch mal ein bisschen rumstulzieren Ich hab ein überdimensionales Katzenklo Oh Also Wie soll ich den Part nennen? Katzenklo macht die Katze froh? Katzenklo 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 Ja das macht die Katze froh Der Luigi kackt hier überall wie So rückwärts Ich kann den Moonwalk Deswegen ist es auch What does the cat say? Miau, 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 miau So passt das doch, oder? Ne, eigentlich überhaupt nicht So, lass mal kurz hier rauf Hier war nämlich irgendwo eine Starcoin, das weiß ich Spring in den Tod Boah Richtiger Lacker Richtig geil, ey Das feiere ich ab an diesen 2D, 3D Mario Man kann einfach beides hier machen Man kann hier Suchen Man hat nicht diesen strikten Level-Ablauf Man kann hier auch ein bisschen erkunden im Level Ist hier irgendwas? Ne, ist gar nichts, schade Hier ist ein Stempel versteckt vielleicht hier oben Wäre gar nicht mal so schlecht gewesen Dann steckt man an sich nach Leider ist die Zeit bis Knopfkart Ich weiß nicht warum Was war das mit dem Geräusch? Okay, das Katzenklo ist wieder gesäubert Wie ihr sehen könnt Oder es ist schon benutztes Katzenklo Ich weiß nicht Vielleicht kommt eigentlich diese Reinigung Macht unsere 2 Häufchen da weg Hoffe ich einfach mal Deswegen, sonst willst du irgendwann stinken Heißt das Zeichen, dass das der Tod ist Oder heißt das Zeichen, dass ich mir nur verarschen will Das Spiel und dass da nicht der Tod ist Oh, das ist die coole Musik Ist aber knapp, ne? Ich hab auch Geld! Da ist der Tod Werde doch ne Verarsche sein können Oder? Oder? Kein anderer wäre darauf gekommen Aus der Zero Sich da in den Tod zu springen Sich da in den Tod zu springen Aber ihr müsst es positiv sehen Desto länger ich für ein Level brauch Desto mehr haben wir vor diesem Let's Play Nein! Vogel Ich hab Angst vor einem Vogel Geh, sterben Doch, doch, war Vogel Desto mehr haben wir vor diesem Let's Play Ganz ehrlich Ich hab doch kein Bock zu Das sind 20 Part 10 Parts durch zu crashen Dieses Let's Play Ich will Zeit mehr nehmen Und ich will es hier mit Spaß Genießen Oh Gott, war das gelobt Ich will hier jetzt einen ganz coolen Katzenjump machen Ja, der war cool Der andere war aber geiler Der war so Motherfucker Style Oh Gott Luigi, ey, du rastest ja voll aus gerade Oh Gott, ich hab so Spaß in diesem Let's Play Das glaubt ihr gar nicht, ey Ich hoffe, dass es euch auch Spaß macht Ich hab ja gerade mal den, ähm Ähm, vielleicht ist der erste Part reingeguckt Was da für Kombis standen Aber ich hab mich jetzt gerade hochgeladen Ja vorhin Und nein, ich würde da nicht runterspringen Diesmal nicht Münzen Münzen Und noch mehr Münzen Vielleicht fällt mir so eine Münze auf den Kopf Und die Schwerkraft Beziehungsweise das Gewicht der Münze Zieht mich so noch runter Dass ich sterben muss Kommt noch irgendwas? Außer coolen Musik? Ne Dann gehen wir wieder Dann gehen wir wieder Ganz einfach Kapaz Kapaz So, wieder Katzenklo Hier voll gemacht Super, die duper So, wie es jetzt gehört Und MAU So, jetzt sterben Das dober Vogel, du So, Katzenklo Das ist das Tiefgründige Das ist das sanftere Gras Von, äh, Viskas Keine Ahnung Viskas Katzenklo Ich kenn mich damit nicht Ja auch Ich hab keine Katze Okay Oh, die gucken Ja knuffig, ey Aber warum mich alle töten Nur WAH Alle böse Waren wir da? Ist das Green Stars? Äh, Green Coins? Green Stars? Ey, Green Coins Sein ich sie Ich bin hier hoch Hey, was geht ab bei dir, ne Club? Wo soll ich denn hingucken? Hm? Wo ist denn was? Hallo Hä, was soll denn hier sein? Da oben ist was, ne? Da leuchtet irgendwas Keine Ahnung Auf jeden Fall ist es mir jetzt egal Machst du auch irgendwas Oder gehst du nur sterben? Ja, du gehst nur sterben Okay Ist hier unten noch irgendwas? Vielleicht alle Münzen einsam Oh, das ist ein Goldfisch Sweet, ey Voll das geile Detail Ey, da schwimmt so ein Fisch rum, ey Bei mir ist schon auch Fische rum Da im Aquarium Aber das seht ihr, glaube ich nicht Oder? Ich glaube nicht Mein Auge juckt gerade so extrem Ich weiß nicht, warum, ey Ich komme wahrscheinlich vom Licht, ey Vom, vom Hohen Was war das denn? Hast du, ich bin einfach nur schneller gewonnen Ich habe mich gerade gewonnen Hä, was war das denn? Ganz cool Seht ihr das? Das ist alles grün geworden Vorher war das roh Er war das Mario Style War jetzt das Luigi Style Und grün, ey Yeah, schiebekekse Wuhu Ich kriege das hin Weil ich locker Easy Ben Bams Und mal Katzen Mario, bitte Okay, Vollbum geht auch klar Geht sogar geiler klar gerade Oh ja, ich will Brathähnchen Brathähnchen Schmeckt Und Schmeckt Und will mich töten Und will mich töten Oh Gott Hilfe Der ist gefährlich, der Strauß Wo könnte hier das nächste Ding sein? Die hauen das alles kaputt Ja, hau mal alles kaputt Wahrscheinlich ist da was, oder? Hau mal Dankeschön Boi, hau hier mal Hau den Lukas Ich wusste, dass der Greenstar ist Und der zweite Wir haben noch keinen verpasst Nice Ey, ich kann sterben Bitte schön Was ist das denn da für eine Wand, ey? Sieht komisch aus Ich bin da hoch Bin ich da rein? Geil, ich bin da drinnen Ich bin drinnen Was geht ab in der Club? Ich bin hier drinnen Kann ich irgendwas machen? Achso Ist ja geil Ich kann mich hier hochporten Wie chillig Muss ich die kaputt machen Oder komme ich hier so jetzt rauf? Versuch mal mit Cat Mario Warum Mario? Ist das so weird? Tööö Wo bin ich jetzt? Miau Fuck Ich hätte so machen können Die ganze Zeit Arsch, Bomb of Doom Kommt irgendwas noch? Hier ist nix Hä, was soll das Secret denn? Nee, nix ist Ich verstehe es nicht Was soll hier sein? Okay Dann ist hier eben nix Und da ist auch noch was freies gewesen Bam Was haben wir hier? Nix Okay Haben wir hier noch was oben? Alter, wieder hochklettern kann Ja, voll extrem, ey Nee, kann man das für immer machen? Nee, schade Er kreilt sich da ran, ey Fast später Das ist sweet Sweet, ey Stempel Okay, der war leicht versteckt Woah, 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 woah Hilfe, 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 Hilfe Oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott Wo ist meine letzte Green Coin? Ich bin nochmal zurück Woah, Hilfe Das ist zurück noch schwerer Oh Gott Oh Gott Nein, nein, nein Nochmal hin Und wieder auf Und wieder win Und wieder auf Und wieder rein Und wieder raus Das sieht geil aus, ey Aber Das hat sich wieder gereimt, ey Voll geil Hallo, Tolli Was geht ab? Hey, was ist los? Was ist los bei dir? Was ist los? Hä? Tatsächlich Der hat den letzten Green Star Weil er Angst hatte vor diesem komischen Straußenvogel 100 Sekunden nur noch Nein Gib Gas, Alter Hyperspeed Brauch ich Ich brauche Hyperspeed Ich brauche Hyperspeed Oder die ganzen Äh, Texturen Sehen einfach nur geil aus In dem Game, ey So, gib Gas Ich gib Gas Ich gib Gas Ich will Spaß Ich will Spaß Und jetzt Mega Cat Jump Lauf da hoch Miau Er ist nicht ganz hochgekommen Weil er Keine Kondition hat, der Alte Der hat nix drauf Wunderbar Das Level ist super gewesen Ja, es war gut Und Mario macht Steppel Ist geil So, ein Level machen wir noch Würde ich sagen Oder? Ja, ein Level versuchen wir noch Ist das denn eine Bowser-Statue? Okay Was haben wir hier? Das sieht mir aus wie eine Höhle Ja, ich habe keinen Bock auf Nie, Nie, Wurst Nie, Wurst ist doof Nie, Wurst ist doof Nie, Nie, Wurst ist doof Lass mir jetzt bitte mal in Ruhe mit der Nie, Wurst Dankeschön So, ich werde nochmal hier mit rein Wups Wups Das Level will ich hier nochmal Unterirdische Schattenspiele Seht ihr? Ich kann auch Schattenspiele machen hier Das ist ein Hund Das sieht ja geil aus Seht ihr das? Uh, ist das geil So sieht man bestimmt auch Starcoins und alles später, ne? Hundertprozentig Ist hier oben irgendwas? Was ist mit dem Ding knelfen einfach hier? Die so komisch rausfragen Da, hier ist Hier sehen wir eins Tatsächlich Ist das geil gemacht, ey Hier hinten bei der Schatten Um da hinten weiter rein zu kommen Das ist 3D, ey Das ist 3D Das ist geil Das gefällt mir Miau, miau Sweet, ey Ist das irgendwas? Ich will da hoch Ich will da hoch Ich will da hoch Ich will da hoch Dankeschön Was kann ich hier noch machen? Nix Fussis Gegen die kann ich nix machen, ne? Ne, war mir klar Schade Man muss man eigentlich hier alles sehen können Die sind hier drin, oder? Eigentlich schon Aber hier ist nicht Wow Gib mal kurz die Katze Nein, die Katze Die Katze, genau Dankeschön Miau, miau Vollspeed Das ist ein geiles Level, ey Das gefällt mir echt Richtig gut Ist eine gute Idee, muss man sagen Oder was sagt ihr dazu? Schreit mal an die Kombis Interessiert mich, was ihr denkt Wow Das war interessant und knapp Gut, haben wir sonst auch irgendwas hier? Da hinten vielleicht irgendwie Schattenstyle Da hinten ist noch eine Tür Seht ihr das? Da hinten ist eine Tür Wie kommt man da raus? Da hinten ist eine Tür Auf jeden Fall Das sieht man doch Da ist ein Türknopf Seht ihr den? Vielleicht da mal hinspringen? Ich hab Angst Okay, ich probier's einfach mal Soviel dazu Okay, das war ja wunderbar Aber wir haben noch einen Versuch Beziehungsweise wir haben noch mehrere Versuche Wir haben 23 Versuche noch Von daher Kein Ding für ein Kick Oh, ich bin doof, ey Naja, egal Jetzt wissen wir wenigstens Was da abgeht Das ist auch jetzt nicht schlecht So ein So ein So ein So ein Level Oder wie es hieß Bei Donkey Kong Das ist ja so ähnlich gemacht worden, ne? Wow Finde ich geil Ohne Witz, ey Da unten ist der Stempel Das wäre ja viel zu einfach gewesen Wenn man den so holen könnte Okay, wie soll man den sonst holen? Wollte ich dich kaputt machen vorher, du Pflanzer? Merz, merz Komm jetzt hier rein? Was denn? Was ist das? Was ist das? Kannst du nicht ganz einfach machen Was ist das? Grasbüsche? Keine Ahnung Ach, hier kann man sich lang graben Ich bin doch doof, ey Keiner weiß, was das dafür Pümmel da ist Aber egal Wir haben den Stempel gefunden Wenigstens Nice War auch nichts schwer versteckt Ganz ehrlich Was war da? Was ist das denn? Was ist das denn? Okay Greenstar ist hier hinter Ist auch geil Das so mit im Licht zu machen Ohne Witz, ey Das Level ist richtig geil Wieder ein richtig geniales Level, ey Die Level gefallen mir mega in diesem Game, ey Also wer sagt Dieses Game ist scheiße oder sonst was Der hat hier nichts verloren auf dem Kanal, ey Ohne Witz, ey Das Spiel ist mega geil, ey Was ist das denn hier? Bowser? 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 Was ist los? Hä? Maga, dein Ernst Ist das sweet, ey Haha Ich konnte dich so umkippen Wie geil ist das denn? Brauchst keine Angst haben, Kleiner Ich bin der Retter in der Not Ich bin Le Zero of Time Gib mir den Stern, Aua Gib mir die Wand Gib mir den Stern, spür die Wand in dir Dankeschön Super die Luper, meine Friends Da haben wir auch schon das Level geschafft Gemeistert die Stars Ananas Was machen wir jetzt großartiges? Vielleicht können wir hier nochmal reingehen Und dann können wir da oben hin Yeah Chillig Ich hab alles gefunden Und sehr schönes Level mal wieder Mit sehr schönem Abschluss hier Und David bedanke ich mich für das Zuschauen Ich würde mich über eine positive Bewertung Und einen Kommentar freuen Von daher haut rein meine Freunde Bis zum nächsten Mal Und ciao Euer Zero